Wir spielen wieder eine Runde, wer bin ich? Eben hat mir den Namen auf die Stirn geklebt und ich rate. Bin ich weiblich? Nein. Komme ich aus Deutschland? Ja. Bin ich ein Sänger? Ja. Mache ich Deutschmusik? Ja. Mache ich Rap? Nee, du bist schon eher ein Sänger. Aber so Indie-Deutsch oder Deutsch-Pop? Schon Deutsch-Pop, würde ich sagen. Kenn ich mich persönlich? Ja. Das können ja eigentlich so viele sein. Bin ich Mark Forster? Ja. Ja. Deutsch, männlich, ich kenne mich. Popmusik, das hätte Max Giesinger sein können. In St. Weiß Mark Forster Max Giesinger. Denkt euch nochmal was aus, Leute.